Wie teuer bist du? Würde dich gerne kaufen. Ja, das sieht man hier am Preisschild. Was? Ich bin reduziert. Wer hat denn das gemacht? Mann, oh. Wie viele Keller hast du? Alle. Jawollo. Magst du Bratwurst? Die Frage ist, wer mag keine Bratwurst? Darf ich dein Brot stehlen? Hey, hier steht doch extra drauf, bitte kein Brot stehlen. Was ist das für eine Frage? Aber wenn du schon so nett fragst, ja, meinetwegen. Welcher ist denn dann dein Hauptkanal? Mann, ich weiß es immer noch nicht. Einfach nur Tordi auf YouTube.